Das alljährliche Highlight der KSGL-Mental ist das Trainingscamp in Wienwiesel. Doch was ist das genau? Das werde ich euch jetzt erklären. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PampalherzTV im neuen Format der KSGL-Mental. Die TCW ist, wenn wir hier im Bad & Sport übernachten. Die TCW ist, wenn wir hier joggen kommen. Die TCW ist, wenn wir in der Sporthalle BBZ trainieren. Die TCW ist, wenn ein Teil der Teams hier in der Sporthalle Hallenbad in Wienwiesel trainieren. Die TCW ist, wenn wir nach dem Training gewartet haben. Die TCW ist, wenn wir hier neue Sachen ausprobieren. Die TCW ist, wenn wir alle im neuen Trikotdorf in den KSGL-Mental. Und damit auch wieder Arbeit machen können, für alle, die hier nicht dabei waren. Und natürlich, das Logo und der FC Grisheim. Das geht eben auch, bevor wir die Task der HSGL-Mental haben. Wir haben ja schliesslich mit uns geblieben. KSGL-Mental. Untertitelung. BR 2018